Wir sind am Digital Carving Summit. Wir hatten gerade ein Podium zum Thema neue Arbeitswelt, aber wichtig. Wir haben mit Nico Bucciudi, CEO ADECO Schweiz diskutiert, Barbara Josef von der 529 AG und Janine Gleppner von Neoviso. Die wichtigsten Punkte aus dem Tag, den wir mitnehmen können, sind die Flexibilität. Es wird sehr entscheidend sein in der Arbeitswelt, sei das wieder arbeitslos gestaltet ist, aber auch als Bedürfnis der jungen Generationen in der zukünftigen Arbeitswelt. Das Zweite ist, Mitarbeiter zu verstehen. Und das Dritte ist ganz sicher keine Angst vor der Digitalisierung und eigentlich mit diesen Tools arbeiten und einfach mal probieren und schauen, was damit passiert.